Manchmal muss man im Leben ja Nägel mit Köpfen machen. Das denkt sich auch die junge Annie, nachdem sie von ihrem langjährigen Freund verlassen wurde. Die gelernte Köchin geht nach London und beginnt einen Job bei einer der glamourösesten Kunsthändlerfamilien Europas. Und was dann beginnt, ist ein richtig gut erzählter Kunstkrimi. Hannah Rothschild, die Launenhaftigkeit der Liebe, Penguin Verlag, 12 Euro, mein Tipp heute.